Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder auf einer Traumschleife unterwegs und zwar gehen wir den Zwei-Täler-Weg. Die Tour hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Ein Gemäuer, Gemäuer Ja! Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020 Triebben Zitzen 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Puh, 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 Puh. Zähne 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 Kuchen Zähne Zitzen Hoi! 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 Hehehe! Hoi! 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 Minimum oi! Toi! A Hoi! 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 15 Grad im Saarland und wir finden noch Eis im Hochwald. Bis zum nächsten Mal. und schlafen, wenn man hier aufschlafen kann, dann klären wir den Kuchen. Wir haben einen Wackern, der Kuchen, die Kuchen und die Kuchen. Und dann schon mal die Kuchen, die Kuchen und die Kuchen. Die Kuchen und die Kuchen, die Kuchen und die Kuchen. Die Kuchen und die Kuchen, die Kuchen, noch etwa zwei kilometer dann sind wir auch schon wieder am ziel die tour hat uns richtig gut gefallen vor allem wegen den schmalen faden den idyllischen bachläufen richtig top wenn es euch auch gefallen hat würden wir uns über einen daumen hoch sowie über kommentare sehr freuen also bis dann was marco noch vergessen hat zu erwähnen dass hier eine ganz tolle infrastruktur herrscht jede menge rastplätze eine unheimlich gute beschilderung und jede menge wasser wir wünschen euch viel spaß bei diesem weg eigentlich noch ein schöner da tschö und bis zum nächsten mal laufen wir vorbei am eulenfels im spucki wald so 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 hallo liebe wanderfreunde es freut uns wieder dass ihr eigentlich das ist so Untertitelung des ZDF für funk, 2017